Agarilala, Agarilala Monko Limbo Agarilala, Agarilala Monko Limbo Imizamu Yetu Educare liegt in Philippi, einer Township von Kapstadt. Den Kleinsten in den ersten wichtigsten Lebensjahren zu helfen und ein Stück Hoffnung für eine bessere Zukunft zu schaffen, so ist das Projekt Give Hope entstanden. Die Vorschule bietet Platz für ca. 80 Kinder. Die Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren kommen aus Familien mit meist arbeitenden, alleinerziehenden Müttern und werden in der Ganztagesstätte betreut, damit sie nicht unbeaufsichtigt auf der Straße sind. Bei den grösseren Kindern liegt der Fokus auf Sozialisierung und Vorbereitung auf die Primarschule. Das Lernen von Alphabet- und Zahlenreihen sowie Englischunterricht gehören zu einem geregelten Tagesablauf mit Stundenplan. Bei den kleineren Kindern liegt der Schwerpunkt auf Mobilisierung und Hygiene. Das nächste Ziel ist der Bau einer neuen Schule in nächster Umgebung. Weiteren 200 bis 300 Kindern kann dann Platz geboten werden. Wir hoffen, mit der Unterstützung durch Spenden dieses Projekt zu sichern.